...treten um den Titel im Strohgewicht bei den Damen. Das bedeutet Bühne frei für unsere Ladies. Jacinta Austin. Die Kämpferin aus Australien mit Abstand der weitesten Anreise. Bitte nochmal großen Applaus für die Kämpferin Jacinta Austin. Das sind 52,6 Kilogramm für Jacinta Austin. Frauenpower at its finest, meine Freunde. Und ihre Gegnerin aus Georgien. Herzlich willkommen, Sophia Bagishvili. Das sind 51,1 Kilogramm für Sophia Bagishvili. Und morgen lassen diese beiden Mädels die Fightskills sprechen und hauen sich das Leder um die Ohren. Wie schon gesagt, die Siegerin dieses Kampfes bekommt einen Titelkampf bei den nächsten Veranstaltungen von Octagon auf deutschem Boot. Das heißt, freut euch auf den ersten Frauenkampf des Abends. Sophia Bagishvili und Jacinta Austin. Das ist ein Titelkampf. Das ist ein Titelkampf. Das ist ein Titelkampf. Das ist ein Titelkampf. Das ist ein Titelkampf.